Hier ist etwas, das dich interessieren dürfte. Du scheinst alles über Bienen zu wissen. Warum drehst du nicht einen Klicker darüber? Damit könntest du dein Wissen weitergeben. Hm, gar nicht übel. Dein Vorschlag hat durchaus was für sich. Die Welt sollte endlich mehr über Bienen erfahren. Nimm an. Und Sprint weg. Das ging schnell. Guti, guti, guti. So, um an das Wachs zu kommen, brauchen wir noch ein paar Dinge. Fällt mir schon wieder ein. Wir haben schon mal den Weihrauch dafür dabei. Hier. Den brauchen wir zusammen mit den Streichhölzern, um sie davon zu scheuchen. Ihr wisst schon, bei Rauch werden die Dinge ein wenig orientierungslos. Die Bienchen. Aber wir brauchen noch etwas, was uns selbst vor diesem Rauch schützt. Und dafür müssen wir wieder in die Schatten. Und zwar in den ersten Teil. Oh, hallo. Du bist's wieder. Hui. Er sagt, hallo, wie geht's? Und solltest du dich nicht sputen, um Tod wieder auf die Beine zu bringen? Das war ziemlich clever. Woher kommst du? Das musst du meine Eltern fragen. Sie wollten es mir nie sagen. Nur ein kleiner Scherz. Ja, ziemlich klein. Das war nur ein bisschen Sarkasmus. Warte nur, bis ich wieder in meinem eigenen Körper bin, junger Mann. Dann zahle ich dir das mit dem Sarkasmus heim. Okay, diese Begegnung hat dazu geführt, dass wir jetzt nicht im ersten Teil rausgekommen sind, sondern halt wieder in der Mitte. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Wir müssen jetzt einfach nur weiter nach links. Denn hier geht es jetzt auch weiter. Wenn ich mich mal frei bewegen könnte. So, hier hinein. Ich sollte sie fragen, ob die Flasche zu verkaufen ist. Ah, okay. Dafür brauchen wir später noch das Zeug. Gut, jetzt erinnere ich mich gerade wieder. Nun, aber das brauchen wir erst später. Erstmal gehen wir hier weiter. Und schnappen uns aus dem Wandschrank das Bügelbrett. Machen wir den Schrank wieder zu. Wir sind ja so höflich. Und diese Schere hier. Die Schere brauchen wir direkt. Wir müssen nämlich diesen Unterrock von der Puppe hier abschneiden. Eine Holzpuppe. Ihre Arme sind fast so zierlich wie meine. Ja, das heißt nur, dass du überhaupt nicht trainieren gehst, mein Lieber. Ein Unterrock? Oh, aus Seide. Aber wenigstens kann man hindurchsehen, wenn man das möchte. Aus irgendeinem Grund. Ja, 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 ja. Milchmädchen hat schon genug sehen lassen, mein Lieber. Jetzt wird nicht reist. Ich fürchte, das kann ich nicht schneiden. Was? Okay, dann... Ich dachte, man muss die Schere dafür nehmen, bitte. Dann machen wir es halt per Hand. Ach, Rinsvent, du Flegel! Damit haben wir ein Stück Seidenrock. Ein Unterrock? Der Stoff ist so dünn, dass man ihn durchsehen kann. Ja, das ist unsere Imkermaske, die wir jetzt brauchen werden. Ähm, den Dialog mit Frau Kuchen heben wir uns fürs nächste Mal auf. Das ist schon wieder ein Rätsel für sich. Gut. Zurück zur unsichtbaren Universität. Denn nun haben wir alles, um mit den Bienen arbeiten zu können. Was ich auch ganz schön finde an dem Spiel hier ist, dass es, ähm, zwar die Rätsellösung relativ offensichtlich darlegt, aber wie zum Beispiel mit dem Mäuseblut, ähm, dass man halt am Ende noch einen kleinen Kniff benutzen muss, um des Rätsels Lösung wirklich auf der Hand zu haben. Nicht, dass man ihm das Gebiss mit dem Mäuseblut gibt, sondern dass man es abfüllen muss. Und hier ist es ähnlich. Erstmal benutzen wir den Unterrock mit Rinsewind. Und jeder, der jetzt perverse Gedanken im Kopf hat, nein, so meine ich's nicht. Wir setzen ihn auf unserem Kopf auf. Okay, ja, ist auch pervers, bitteschön. Aber er ist nicht gebraucht. Ähm, dann zünden wir mit dem Weihrauch die Streichhölzer an. Nein, andersrum, mein Fehler. Blöd. Und benutzen es mit den Bienen. Für zu leichter Desorientierung und, ähm, ja, verteidigungsmäßig sind sie jetzt nicht auf uns vorbereitet. Womit wir dieses Bienenwachs kriegen. Bestes Bienenwachs. Na schön, vielleicht nicht das Beste, aber es ist zumindest brauchbar. Ja, das ist auch gut so. Denn dieses Bienenwachs bringen wir jetzt der alten Frau und wird daraus sicherlich eine tolle Kerze herstellen für uns. Auf zum Laden. Truhe, gib mir mein Wachs. Ich weiß, es schmeckt lecker, aber irgendwann verklebst du damit alles. Hier, frisches Bienenwachs. Könntest du jetzt bitte einige Kerzen daraus herstellen? Natürlich, teuerste. Das singt schnell. Hier hast du die Kerzen, euer Hoheit. Oh, sie sind... sehr hübsch. Könntest du vielleicht dafür sorgen, dass sie tropfiger sind? Oh, für dunkle magische Zwecke, nicht wahr? Für schreckliche Blasphemien aus den grässlichsten aller grässlichen Albträume. Äh, ja, in gewisser Weise. Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt, teuerste? Für so etwas ist Bienenwachs ungeeignet. Entweder jagst du einen Wal und, äh, und, äh... Und dann nimmst du alles Notwendige, was auch immer notwendig ist. Oder? Oder was? Nun, du könntest spezielles tropfiges Wachs von den Bienen bekommen, wenn du sie zum Schwitzen bringst. Du musst die Bienen veranlassen, viel zu trinken. Machst du dir Notizen? In Arbeit, in Arbeit. Ich würde auf keinen Fall Wale jagen müssen. Nicht, weil ich Wale retten will, sondern weil ich nicht weiß, was ich da tun sollte. Oh je. Gut. Zurück zum Thema Bienen, da wir das als einzige Möglichkeit übrig behalten. Wir müssen sie zum Schwitzen bringen und dazu, dass sie viel trinken. Nun, es ist ja nicht die körperliche Arbeit, die sie anstrengt. Denn wenn sie jetzt schon angestrengt wären durch das ganze Einsammeln der Blumen, dann würden sie ja bereits schwitzen. Also muss ich ihnen ihre, ja, Mahlzeit oder Honigquelle ein wenig vermiesen. Und dafür haben wir den Cayennepfeffer mitgenommen. Bienen, so ein Backloss. Die sind immer im Weg, wenn ich was sagen will oder hören will. Cayennepfeffer? Ich würde das Zeug ja gern probieren. Fürchte jedoch, dass der Animationsetat nicht genügt, um das Resultat zu zeigen. Ich schlage vor, in diesem Fall hast du einfach Vertrauen. Einverstanden? Ach, Manno, können wir es nicht trotzdem probieren? Das hält die Bienen nicht von mir fern. Jetzt kommt er mit den Bienen hier, dann nutze ich später halt nochmal irgendwo anders. Nein, wir müssen den Cayennepfeffer mit den Blumen hier drüben benutzen. Wie nett. Hübsche kleine Blumen. Genau das brauchen die Bienen für ihre Arbeit. Ja, genau das nutzen wir jetzt aus. Verstreuen den Pfeffer über die Blumen. Und verstecken uns. Bis die Bienen wieder zur Arbeit erscheinen. Komm, komm. Lecker, lecker Blüten. Und wer sich gefragt hat, warum die Dinger mit dem Bildschirm fliegen, sieht das genau jetzt. Was für eine schweißtreibende Arbeit. Und nun, dasselbe Prozedere wie beim letzten Mal. Unterrock benutzen mit Kopf. Schön den Weihrauch dazu. Eine extrem sinnvolle Zeremonie, wo man sich Seide über den Kopf stülpt und dabei noch Weihrauch in der Hand trägt. Aber wenn Rinspin sich über solche Kleinigkeiten beschweren würde, säßt man noch den ganzen Tag hier. Tata, jetzt haben wir... Tropfiges Bienenwachs. Ah, tropfiges Bienenwachs. Macht den Mangel an Stabilität durch Eigenwilligkeit wett. Oh, immerhin was Spezielles. Weg mit dem dummen Schleier und zurück zur alten Dame. Jetzt haben wir genau das, was wir brauchen, um die vorletzte Zutat zu erstellen. Hier, nimm dies. Hier ist hübsch, schwitziges und tropfiges Bienenwachs. Könntest du bitte Kerzen daraus herstellen? Natürlich, teuerste. Eine Kunst für sich dieses Herstellen. Und nun? Hier, tropfende Kerzen. Genau das Richtige für den Umgang mit entsetzlichem Entsetzen und den schlimmsten aller schlimmen Albträume. Hier, was hast du vor, euer Hoheit? Du planst doch nicht, deinem Mann einen Streich zu spielen, oder? Ich habe dir schon mehrmals gesagt, dass ich keine Prinzessin bin. Es geht mir auch nicht darum, irgendwelche unheilvollen Wesen zu beschwören. In der Universität gibt es bereits genug Dämonen. Die meisten von ihnen studieren Psychologie. Psychologie? Wieso denn? Eigentlich ist es die Schuld der Zauberer. Sie betonen immer wieder, dass sie Dämonen unter ihren Willen zwingen wollen. Hm. Ich schätze, hier mangelt es an Humor. Entschuldige bitte, ich muss jetzt gehen. Dämonen mit Psychologie unterwerfen. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Wisst ihr was? Ich entschuldige mich schon wieder im Voraus, denn ich habe vergessen, den Erzkanzler auf den Glitzerstaub anzusprechen, bevor ich ihn gegeben habe. Holen wir das kurz nach. Gut, wir haben die Option nämlich noch. Dann fragen wir ihn kurz nochmal nachträglich zum Glitzerstaub aus. Was das Glitzern und Schimmern betrifft, wo soll ich da nach Ausschau halten? Mein Junge, wenn du einen so spitzen hast, Hut wie ich, sind derartige Fragen unter deiner Würde. Dumme Lakaien kümmern sich um solche Dinge und du siehst ziemlich dumm aus. Ist doch ganz klar. Glitzerndes findet man dort, wo es glitzert. Such die Quelle, mein Junge. Reines Glitzern wollen wir. Richtig glitzerndes Glitzern. Äh, die Quelle suchen. Hast du noch weitere Vorschläge? Du könntest dir einen Kobold schnappen, aber manchmal sind die Brüder ganz schön bissig. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Gut, aber diesmal geht es mir um die Kerzen, denn die haben wir noch mit uns rumtragen. Und die tropfenden Kerzen? Ja? Kannst du mir da einen Rat geben? Nun, mein Junge, je älter die Kerzen, desto besser tropfen sie. Eine gut tropfende Kerze muss richtig reifen. Es kommt darauf an, dass das Wachs über Stunden hinweg weicher wird, um die richtigen Tropfrinnen zu bilden. Sorgfältiges Altern. Auf diese Weise bekommt man auch einen guten Erzkanzler. Ah, ein guter Erzkanzler muss tropfen. Finde ich auch. Ein guter Erzkanzler muss tropfen. Auf Wiedersehen. Aber bitte an der richtigen Stelle. Kanzler, die auslaufen, möchte ich nicht haben. Geben wir ihm die Kerze. Hier sind sie. Echte tropfende Kerzen. Bei den Dingern haben nicht nur die Bienen geschwitzt. Hm, nicht unbedingt erforderlich. Aber sehen recht nett aus. Jetzt mach mir nicht meine Arbeit kaputt. Das mag ich nicht. Guti, so. Und ich werde wieder mal die Aufnahme hier beenden. Denn um ehrlich zu sein, weiß ich gerade nicht, wo sich der nächste Gegenstand befindet, den wir brauchen. Nämlich der Magnet. Ich müsste jetzt die Bildschirme dafür absuchen. Und das wollt ihr garantiert nicht. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Discord 2. Wenn wir die letzte Zutauert den Gestank auftreiben dürfen. Tschöschö.